Dass Influencer teilweise machen, was sie wollen und nie wirklich die Konsequenzen zu spüren bekommen, ist ja, glaube ich, nichts Neues. Aber Klängern hat ein Video von einem Influencer gemacht, den er selbst den schlimmsten Influencer der Welt nennt. Und ich finde es absurd, was dieser alles gemacht hat, mit wie vielen er durchgekommen ist und dass die Konsequenzen, die er erleiden muss, immer noch so minimal sind. Das macht mich sprachlos, es macht mich extrem wütend. Deswegen, wenn ihr gerade nicht in der Laune seid, wütend zu werden, schaut es euch nicht an. Mich hat es leider wütend gemacht. Und ich bin mittlerweile echt an dem Punkt, wo ich sage, man sollte als Person des öffentlichen Lebens auch ein gewisses Alter erreichen, um es überhaupt machen zu dürfen. Weil ich finde, dass eher ein gutes Beispiel dafür ist, was auch passiert, wenn du zu früh damit anfängst. Ich würde mich wie immer einen Daumen nach oben sehr freuen, am Abo auch und das Originalvideo ist wie immer unten in der Beschreibung. Und wir gehen da mal rein in den Fiebertraum. Heute geht es um provozierte Unfälle, Körperverletzung und die Ausbeutung von Frauen. Heute geht es um Jack Doherty. Und damit, moin Leute, herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Da verstellt sich mir schon gleich die Frage, bei diesen krassen Vorwürfen, warum macht diese Person überhaupt noch Social Media und darf überhaupt noch Social Media machen? Hmm. Vielleicht sagt euch der Name Jack Doherty was. 15 Millionen Abonnenten auf YouTube, 2,7 Millionen auf Instagram, 10 Millionen auf TikTok. Vor allen Dingen aber vor kurzem in den Schlagzeilen gewesen, weil er während der Autofahrt am Handy war. Er hat nämlich währenddessen live gestreamt und musste einfach während der Fahrt am Handy den Chat lesen. Klar. Nur leider, wenn man 100 kmh mit dem Auto fährt und es regnet und man dabei am Handy ist, passieren halt solche Sachen. Oh, nee, ich kann mir das gar nicht anschauen. Sorry. Aber ich muss es wieder sagen, ich war letztens wieder auf deutschen Autobahnen unterwegs. Und es macht mich unfassbar aggressiv, wie Leute fahren, wie gefährlich Leute fahren, wie nah sie einen auffahren in brutalsten Geschwindigkeiten, obwohl sie hoffentlich Augen im Kopf haben und höchstwahrscheinlich kein Hirn. Sonst würden sie sich nicht so verhalten und sehen können, dass man nicht die Möglichkeit hat, gerade in einen LKW reinzufahren und man möchte einfach nur überholen mit scheiß Lichthupe und nach links geblinke. Weil das stresst mich unfassbar, muss ich einfach so sagen. Ich sage nichts dagegen, wenn eine Autobahn abends leer ist und man schneller fährt und man nicht irgendwie andere Leute bedrängt und belästigt. Aber wie nah die teilweise auffahren bei so hoher Geschwindigkeit ist für mich einfach eine Sache, die werde ich nie nachvollziehen können und die macht mich unfassbar aggressiv. Da werde ich wirklich aggressiv. Also wenn ich in meinem Auto sitze, ich glaube, so geht es euch auch. Da ist man immer so in seiner kleinen eigenen Höhle und fühlt sich sicher, aber ich verhalte mich deswegen trotzdem nicht wie ein Arschloch. Und manche Leute denken einfach, sie können machen, was sie wollen. Also da habe ich schon die wildesten Sachen erlebt von Leuten, die mir Mittelfinger gezeigt haben bis hin zu, ich wurde zwischen zwei LKWs absichtlich eingeklemmt, damit der Typ am Ende mir irgendwie an der Ampel seine scheiß Nummer reinschmeißen kann. Und es war eine echt gefährliche Situation, also unfassbar nervig. Und deswegen bin ich eine von wahrscheinlich wenigen, die es extrem feiert, dass in der Schweiz einfach eine Begrenzung ist. Mehr als 120 wird dort nicht gefahren und wer es tut, kriegt saftige Strafen. Generell, wer sich dort im Verkehr scheiße verhält, erhält saftige Strafen. Und das begrüße ich in dem Fall sehr, weil ich dort einfach in Ruhe fahren kann und mir keiner extrem nah am Arsch hängt. Beziehungsweise bis jetzt nicht, aber schon gar nicht mit 150 oder 160 angerast kommt und mir fast reinfährt. Und ich finde es immer wieder unfassbar, dass Leute wie hier das Ganze, also eine Straftat, während dem Autofahren aufs Handy glotzen, filmen und dann auch noch auf den Plattformen, wie ich hier sehe, wahrscheinlich auf Kik, weiterhin streamen dürfen. Weil du gefährdest ja nicht nur dein eigenes Leben, du gefährdest auch das Leben anderer. Und das finde ich so verantwortungslos. Und wenn es da keine Konsequenzen gibt, werden es weiterhin die Leute einfach alle tun. Also kann ich nicht nachvollziehen, wirklich. Und so hat er seinen 200.000 Euro teuren McLaren komplett zu Schrott gefahren. Ach Gott, ich darf dazu gar nichts sagen. Wir hören weiter. Offensichtlich reichte das aber nicht fürs Thumbnail. Ja, da musste die Windschutzshäufe noch so einen krassen Effekt bekommen, damit es einfach ein bisschen krasser aussieht. Oh Gott, ja, also. Also wirklich, genau das halt, ne. Und dann direkt sagen, geil, Auto kaputt, komm, mach ich zu Content, weil dann ist das wieder drin. Also unfassbar, weiß ich gar nicht, was ich zu sagen soll, regt mich einfach nur auf. Und für mich wäre dann die logische Konsequenz, der wird einfach von dieser Livestream-Plattform gesperrt. Der kriegt eine fette, saftige Strafe, weil es eine Straftat war. Und wahrscheinlich darf er weiter streamen und alles ist wie immer. Ärgerlich, wenn der Unfall in echt einfach nicht so spektakulär aussieht. Über diese Aktion wurde viel berichtet und ich hab mich dann angefangen, mehr mit Jack Doherty zu beschäftigen. Und je länger man das macht und je tiefer man gräbt, desto ekliger wird dieser Typ. Ich hab manchmal echt das Gefühl, und das ist nicht nur ein Gefühl, es ist so. Ich sag euch ja immer, ich hab immer meine kleine Wholesome-Bubble mit Leuten, an denen ich aufnehme. Und ich muss sagen, als ich noch klein war, waren viele der ehemaligen Kollegen auch noch klein. Ich hab mich gut mit denen verstanden. Und kaum kamen die Reichweite und das Geld und der Einfluss dazu, haben die sich teilweise so ekelhaft verändert. Und ich muss echt immer wieder sagen, Geld und Macht und Reichweite zeigt einfach von vielen das wahre Gesicht. Und wie klein bei manchen Menschen das Ego eigentlich wirklich ist. Finde ich einfach immer super traurig, das so am Ende zu sehen. Und wie viele diese Macht und diesen Einfluss ausnutzen und die einfach darauf nicht klarkommen. Das finde ich echt gruselig. Ja, gucken wir mal weiter. Wenn ich halt schon bei dem Typen sehe, wie viel Follower und Co. der hat, zeigt es mir halt einfach wieder, der wird nie gecancelt werden. Es gibt keine Cancel-Culture. Ich bin mal echt gespannt, was ihr dazu sagt. Ich glaube nicht an die Cancel-Culture. Es gibt genug Leute, die krasse Sachen gemacht haben, die kommen zurück mit ein, zwei Entschuldigungsvideos oder nach ein paar Monaten und schon ist alles vergessen. Und sie machen einfach ihr Ding weiter. Ich hab letztens auch wieder so ein paar Leute gesehen, wo ich eigentlich dachte, krass, die haben so krasse Aussagen getätigt und so krasse Sachen gemacht. Und sind einfach wieder am Start und machen Content. Also das ist wirklich was. Geh einfach für ein paar Monate und komm wieder und es ist alles vergeben und vergessen. Und sag, es tut dir leid, auch wenn es dir nicht leid tut, das reicht schon. Das finde ich schon echt crazy. Deswegen, ich glaube nicht an eine Cancel-Culture, wie es gesagt wird. Es wird dann ein bisschen kritisiert über ein paar Wochen und Monate. Alle machen Content dagegen und dann kommst du nach ein paar Monaten zurück, sagst du, ist alles eingesehen und fertig ist es. Und das finde ich eigentlich irgendwie, ich finde es irgendwie crazy. Dieses ganze System ist einfach irgendwie crazy. Von einigen wird er auch als der schlimmste Influencer der Welt bezeichnet. Und ich sag mal so, ich kann es nachvollziehen und ihr vielleicht auch nach diesem Video. Ja, und es wird noch Schlimmere geben als er, weil es einfach nie Konsequenzen gibt. Nie Konsequenzen für die Leute. Sei es irgendwie ein Hinblick von, du hast jetzt die und die Regeln verstoßen, du darfst einfach keine Person des öffentlichen Lebens sein. Ich habe es euch ja auch schon mal in einem anderen Video gesagt, der Tinder-Schwindler, vielleicht habt ihr es gesehen, wenn nicht. Es war eine Netflix-Dokumentation über einen Typen, der auf Tinder die Frauen so krass betrogen hat, Millionenbeträge am Ende kassiert hat, um sich dieses Leben leisten zu können, das er hatte. Und der ist auf TikTok wieder voll aktiv im Saft und bei dem läuft. Also das ist wirklich was, wo ich mir denke, kann man den Leuten nicht einfach verbieten, auf den Plattformen neue Accounts zu machen. Und wenn man sie erwischt, werden sie sofort geblockt, wie auf YouTube. Wenn du drei Strikes hast, darfst du keinen Kanal mehr machen. Und wenn YouTube das merkt, werden sie dich immer wieder löschen, dann ist rum. Und das gibt es aber nicht auf vielen Plattformen, dass die Leute einfach gefühlt dann machen, was sie wollen. Dann gehen sie halt auf TikTok und machen weiter und beziehen Leute weiter ab. Das ist wirklich, es ist so dumm. Das kommt vor allen Dingen davon, wie er berühmt geworden ist, wie er mittlerweile sein Geld verdient und wie er mit diesem Geld und seinem Fame in der Öffentlichkeit umgeht. Dabei hat alles ganz harmlos angefangen. Jack Doherty ist im Oktober 2003 in den USA geboren und hat 2016, also mit 12, sein erstes YouTube-Video hochgeladen. Und zwar waren das coole Flip-Videos, also Sachen hochwerfen, die drehen sich und landen dann so wieder. Ja, niedlich, knuffig, ein Kind eben. Diese Videos haben aber ziemlich viele Aufrufe gemacht. Aus der Zeit ist immer noch sein meistgeklicktestes Video auf seinem Kanal. Ich flippe alles hat mittlerweile fast 30 Millionen Aufrufe. Ein Video mit mehreren Millionen Aufrufen von einem 13-Jährigen. Und ich bin der Meinung, wenn man sich das so rückblickend anguckt, irgendwas hat sich da bei ihm geändert im Kopf. Er ist halt diese klassische, mit YouTube aufgewachsen und groß geworden Generation. Seine Vorbilder waren Leute wie Jake und Logan Paul zum Beispiel. Uff, lauf. Auch das beste Beispiel, ne? Ich glaube, Logan Paul, nee, Jack Paul oder Logan Paul, einer von beiden, der mit dem Grünen war es. Der hat doch damals in Japan das Suicide Forest gefilmt und haben da eine Leiche gefilmt und komisch rumgekichert. Da sehe ich einfach, es ist scheißegal, was du machst, any press is good press. Immer wieder dasselbe, auch bei einer Shirin. Dann droppt sie wieder einen Song, dann macht sie ganz viel krasse, widersprüchliche Sachen, weil dann redet wieder jeder drüber und dann kann man den Song besser promoten und dann finden sie wieder alle geil. Die Queen, wow. Es ist immer das Gleiche. Es langweilt mich langsam auch. Ich weiß nicht, wie es euch ist. Es ist einfach so langweilig, dass es so funktioniert, dass einfach diese Masse an Menschen, die ja für diese Reichweite von diesen Menschen verantwortlich sind, nicht irgendwann mal checken, dass gerade die Creator und Creatorinnen ja davon ausgehen, dass die Audienz so dumm ist und so einfach zu beeinflussen ist, dass diese Dinge funktionieren. Und sie funktionieren! Dass nicht einfach die Leute das Boykottieren sagen, nö, sorry, funktioniert nicht bei uns, probiert was Neues aus, klicken wir nicht drauf. So, dann würden die Leute mal dumm glotzen. Aber es zeigt es einfach immer wieder, mach, was du willst, sei ein Arschloch. Guck, dass du immer wieder mal provozierst, weil das braucht man. Und so wirst du richtig erfolgreich. Es ist einfach so langweilig. Und Klicks und Fame sind für so ein Kind, was so aufgewachsen ist, halt ziemlich geil und erstrebenswert. Und ab da, als er das selber erlebt hat, hat sich das wohl so in seinen Kopf eingepflanzt, dass er seitdem immer und immer mehr davon haben wollte. Zwei Tage nach dem Ich-flippe-alles-Video kam sein 5000-Abonnenten-Special. 14 Tage nach dem Video kam sein 10.000-Abonnenten-Special. Und vier Wochen nach dem Upload kam schon sein 100.000-Abonnenten-Special. Allein daran merkt man schon, wie wichtig ihm diese Zahlen und dieser Fame war. Aber jetzt muss man auch am Ball bleiben. Ja, man muss weitermachen und den Erfolg halten und steigern. Also werden mehr Trends ausprobiert. Der Flip-Trend war für ihn ziemlich erfolgreich. Dann kommt der Fidget-Spinner-Trend, der Trampolin-Trend und so weiter. Es gab doch auch diesen, wie heißt dieser junge Streamer, der gerade so viral geht. Da hat auch der Robert-Mark-Lehmann ein sehr gutes Video dazu gemacht. Ich glaube, das ist doch dieser ICU, wenn ich mich nicht täusche. Und der war doch letztens auch, war das nicht in Thailand, in so einem Tiger-Gehege, wo man schon irgendwie das Gefühl hatte, dass der Tiger sediert ist und auf jeden Fall irgendwas bekommen hat. Und er kläfft da drin rum wie so ein Hund und provoziert den Tiger. Also das sind wieder so Momente, wo ich echt am liebsten in dieses Gehege gegangen wäre, den Typen mal links und rechts eine geschellt hätte, um zu denken, komm mal runter auf deinem Scheiß-Trip, dass alle dich geil finden und witzig finden, was du machst. Du machst gerade, du unterstützt gerade absolute Tierquälerei. So, die Leute machen dann irgendwann alles für Content. Das ist scheißegal, ob irgendjemand dafür am Ende leidet. Hauptsache die Leute, die haben einfach einen Höhlenflug. Die sehen einfach die Dinge nicht mehr normal. Und das, ich verlinke euch das Video mal unten in der Beschreibung. Auch schon mal Triggerwarnung, es triggert extremer. Es hat mich extrem wütend gemacht. Aber nur, dass ihr das mal sehen könnt, wovon ich spreche, dass es immer krasser sein muss und immer bescheuerter. Und umso mehr, ich habe das Gefühl, die Leute sind dann so fame-trunken. Die sehen dann, wie als wären sie betrunken, als würden sie gar nicht mehr checken, was sie da eigentlich gerade machen. Hauptsache die Followerzahlen steigen und alle sprechen über sie. Das finde ich sehr, sehr gruselig. Und vor allen Dingen Pranks. Und diese Prank-Videos sind bei ihm richtig erfolgreich. Flips for a kiss at the mall. Fake falling in public. Und dann kommt ein Video online, was den weiteren Ton für seine ganze Zukunft eigentlich setzen wird. Trying to get kicked out of Walmart. Spilled paint. Aktiv versuchen, sich so zu benehmen, dass man rausgeschmissen wird. Geniale Video-Idee. Es kamen einige Videos, in denen das Ziel einfach nur war, sich so dumm und assi wie möglich in Supermärkten wie zum Beispiel Walmart zu verhalten. Einfach nur mit dem Ziel, die größtmögliche, spektakulärste und krasseste Reaktion bei den Leuten hervorzurufen. Ja, also das ist halt auch wieder das gerade, sich so doof zu behalten in Public. Da habe ich jetzt letztens wieder ein Video gesehen, dass schon wieder Leute sich in Japan einfach extrem scheiße benehmen für Content. Da gezielt hinfliegen. Und ich kann euch nur eins sagen, wenn es so weitergeht, die Richtlinien werden immer strenger werden. Die Leute vor Ort werden immer genervter werden von Touristen. Und da muss man auch sagen, die meisten verhalten sich ja nicht dumm. Aber wenn es halt dann immer eine größere Anzahl wird an Leuten, die sich so kacke verhalten und so respektlos für Content, wird es bald gar nicht mehr möglich sein, Content zu machen. Ich habe ja auch für meine Challenges das Ninja-Video aufgenommen. Ein Tag im Leben einer Geisha, was gerade geschnitten wird. Und noch mit Trommelern. Und leider hat ein anderes cooles Video, was wir machen wollten, deswegen abgesagt, weil sie am Ende gewarnt worden sind, mit Künstlern aus anderen Ländern zusammenzuarbeiten. Wir versuchen es nächstes Jahr aber nochmal, weil wir dann die Videos haben und sagen können, guck mal, das läuft alles ganz respektvoll. Geht es vor sich? Ich verstehe das komplett, dass in Japan die Leute so reagieren. Ich finde es einfach nur schade, weil es einfach auch nicht besser wird gefühlt. Also die Leute machen es halt trotzdem immer weiter. Ich bin auch ein bisschen zwiegespalten wegen diesen IRL-Streams. Da gibt es ja auch immer wieder Probleme. Nicht wegen den Leuten, die das friedlich machen, sondern weil es immer wieder Leute gibt, die dann wieder ihren Höhenflug haben und sehen, die Viewerzahlen gehen hoch und benehmen sich deswegen umso bescheuerter. Ich weiß nicht, wo das am Ende hinführt und ob das vielleicht am Ende auch irgendwann heißt, es sind keine IRL-Streams mehr erlaubt. Also wenn man damit einfach nur Leute nervt. Floor is Lava Challenge at Walmart. Kicked out. Singing Despacito on the Walmart-Intercom. Kicked out. I got punched by a Walmart-Employee. Broke my camera. Floor is Lava Challenge at Walmart. Cops called. Gut, das waren halt so die Sachen vor sieben Jahren. Kann auch sein, dass er das alles mit denen am Ende abgesprochen hat und es dann am Ende irgendwie war, hey, du kriegst Kohle, wenn du das irgendwie mitspielst. I don't know. Die ganzen Prank-Sachen sind dann meistens eh gespielt gewesen. Aber ja, hat halt funktioniert, ne? Man wird rausgeschmissen. Es wird handgreiflich. Polizei wird gerufen. All das für Content von einem 14-jährigen Kind. Aber immer komplett uneinsichtig. Was ist denn los, Leute? Ich hab doch nichts falsch gemacht. Dude, get a life. You're gonna actually take the time out of your day to try and call the cops. And it's like, go. Like, freaking go. Aber diese Videos waren fucking erfolgreich und haben mehrere Millionen Aufrufe bekommen. Und das war die Bestätigung für ihn, dass er irgendwas richtig macht und dass er mehr davon machen soll. Im Januar 2018 erreichte er damit eine Million Abonnenten mit 14 Jahren. Nennt mich altmodisch, aber ich bin der Meinung, kein 14-Jähriger sollte von einer Million Menschen im Internet verfolgt werden. Und ich glaube, für die kindliche psychologische Entwicklung ist das auch nicht so ganz von Vorteil. Nee, also es gibt da noch so einen Fall von einem YouTube-Kanal, da habe ich auch eine Reaction drauf gemacht, konnte sie aber anschließend erstmal nicht veröffentlichen, weil das Hauptvideo wurde in Deutschland gesperrt wegen Verleumdung, was ich sehr lächerlich finde, weil dieses junge Mädel definitiv von der Mutter dazu gezwungen wird, was sie da tut. Also es ist so offensichtlich und so ekelhaft anzuschauen, dass da dann extra Pool-Videos gemacht worden sind, weil man genau weiß, da gucken dann wieder irgendwelche ekligen Geier dieses junge Mädel an. Finde ich ganz, ganz, ganz schwierig, bin ich aber auch echt am überlegen, ob ich nicht dazu noch was mache, weil mich das schon sehr lange aufgeregt hat und die Mutter auch damals gezielt Content von mir in Form von Thumbnails und Videos geklaut hat. Dafür kann ja das kleine Mädel nichts, aber da war mir dann schon klar, wo diese Fabrik herkommt, die Druckmaschine, das Kind. Und auch hier, finde ich, sollte es einfach ein Mindestalter geben, ab dem du als Person des öffentlichen Lebens überhaupt agieren kannst. Das würde nämlich auch so vielen Mommy- und Daddy-Bloggern mal ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, die ganze Zeit ihr Kind vor die Kamera zu zerren und in jedem Urlaub irgendwie zu filmen und das ganze Leben zu verfilmen, was sich am Ende dann alle anschauen und drüber reden. Das finde ich mal einen interessanten Anreiz. Das heißt jetzt zum Beispiel nicht, dass man gar keinen Content mehr irgendwie, man darf ja auch Werbung mit Kindern machen, aber ich habe ja damals auch bei einer Werbung gemerkt, wo Kinder dabei waren, wie sehr darauf geachtet werden, dass die Kinder nicht überarbeitet sind, dass denen gut geht, dass sie geschützt sind. Das kann man ja alles gar nicht wiedergeben, wenn die Eltern da einfach das Kind die ganze Zeit abfilmen. Und es gibt ja zum Beispiel auch bei Livestreams, da hat sie ein paar Livestreamer getroffen, die ja diese Rundfunklizenz eben zahlen mussten und da einen Mitarbeiter haben mussten und jemand, der für Jugendschutz da ist. Warum gibt es das nicht für solche Eltern-Family-Vlogger, die da immer ihr Kind verwursten, ohne dass das Kind überhaupt Ahnung hat, was es da gerade tut. Ich glaube, es gibt genug Beispiele im Internet, wo man weiß, dass es Kindern damit nicht gut geht oder wenn die Kinder alt genug waren, gesagt haben, das hat die Familie zerstört oder ihr Leben. Und das sind einfach alles Dinge, dafür gibt es keine Gesetze und wird es auch erstmal nicht geben. Ich würde es mir aber wünschen, Social Media als Person des öffentlichen Lebens einfach ab einem gewissen Alter, wenn du einfach ab einem gewissen Alter sagen kannst, so, jetzt bin ich ready dafür und hafte für alles selber, was ich da irgendwie im Internet mache. Also ich finde das zu früh nicht gut. Auch allein für die persönliche Entwicklung. Das siehst du ja bei genug Kinderstars, die da irgendwie gar nicht drauf klargekommen sind. Gerade jetzt auch die Sache mit Justin Bieber, was denen da scheinbar passiert ist als junger Mensch. Das ist ja gerade mit P. Didi der Fall. Oder Kevin allein zu Hause, da gibt es so viele Beispiele. Britney Spears, dass das einfach Kindern nicht gut tut. Kinder sollen Kinder sein und nicht auf Social Media rumhampeln. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Was das wohl mit so einem Kindergehirn macht, wenn man weiß, eine Million Menschen finden mich und das, was ich mache, geil. Vor allen Dingen, wenn man halt so eine Scheiße macht, ist das ja eine krasse Bestätigung. Und so macht er halt immer weiter. Immer angetrieben davon, noch mehr Fame und noch mehr Geld zu bekommen. Egal, wie dumm und bescheuert das ist, was er eigentlich macht. Es kam zum Beispiel ein Video raus, wo er das Auto seines älteren Bruders klaut. Einfach nur, damit der das sieht und sich dann darüber abfuckt. Ja, hat geklappt. Fun Fact, kam nicht so gut an bei dem Bruder. Kleiner Spoiler, sein Bruder möchte mittlerweile gar nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ich frage mich, woran das liegen könnte. Ich dachte, das wäre ein geplanter Prank. Aber ey, man braucht doch krasse Reaktionen für Klicks. Und wenn es dann eben die eigene Familie ist, naja, dann ist es so, ne? Die beiden waren mit dieser Sache zusammen mit ihrem Vater sogar in der amerikanischen Talkshow Dr. Phil. Das ist ein Psychologe und Fernsehmoderator. Der hat eine Talkshow, da kommen dann Leute mit ihren Problemen hin und der redet dann mit denen. Und dann kann man die hoffentlich lösen. Naja, ob das nicht alles schon abgemacht und gefaked war, um halt eben in aller Munde zu bleiben. Spoiler, sie konnten es nicht lösen und Jack war auch hier komplett uneinsichtig. Soll sein Bruder, dass ich mal nicht so haben. Ey, wenn das Auto kaputt geht, dann kaufe ich ihm einfach ein Neues. Was will er denn? Ich glaube, das ist alles gespielt. Extra dafür, dass sie in diese Show dürfen, dass er wieder als YouTuber im Fernsehen irgendwie genannt wird. Es geht doch hier, es geht doch um die Klicks. Ja, da ist man einfach stolz als Vater, wenn man das hört, ne? Und irgendwann fing sein Content an, sich weiter zu verändern. Diesmal aber aufgrund äußerer Einflüsse. Denn er wechselte sein Content von längeren YouTube-Videos hin zu kurzen Videos für YouTube-Shorts und TikTok. Und sein Kanal ist danach gewachsen wie nie zuvor. Über zwei Millionen Abonnenten pro Monat. Und allein klicktechnisch ging das Ganze nochmal komplett durch die Decke. Ganz anders als vorher. Seine Videos waren dabei aber immer ziemlich überladen, komplett fake und eigentlich ziemlich billig gemacht. Ja, es sind halt auch dann junge Leute, die das anschauen. Ich habe jetzt auch letztens am Wochenende wieder so ein paar familiär Kids um mich rum gehabt, die starren da in YouTube rein und schauen sich Sachen an und glauben das. Und ich habe gesagt, Kids, das ist nicht echt, das ist gefakt. Und was? Gefakt? Das sind halt echt jung, ne? Und da kannst du es halt machen. Das ist halt Content für sehr junge Leute, die das halt eben glauben und denken, das ist echt. Das ist halt das, ne? You're gonna wear this? I guess so. Okay, deal. Alright, ready? Three, two, one. Oh! Oh my gosh! Viele würden halt sagen, für Kinder gemacht, ja? Mit genau der Zielgruppe, weil keiner, der älter als 13 ist, guckt sich das ja freiwillig gerne an. Aber es tauchten auch immer mehr halbnackte Mädels in seinen Videos auf und das aus einem ganz bestimmten Grund. Jack hat eine neue Einnahmequelle für sich entdeckt, nämlich Onlyfans. Oh, das haben doch... Und zwar nicht er selbst, obwohl er auch irgendwie einen Account hat, sondern diese Mädels hier. Unter JackDohertyManagement findet man hier nett chronologisch hier aufgelistet, wer eigentlich alles so dabei ist. Oh Gott, da hat mich auch einer angeschrieben. Der hatte, glaube ich, auf Instagram so 20 Millionen Follower. Und das habe ich mir in Management geschickt und der hat mich auch angefragt, ob ich in seine Managementfirma will. Und das war so richtig shady Kacke. Da waren dann auch irgendwie nur so Mädels drin, wo ich schon gesagt habe, hä, guck mal meinen Account an. Du siehst nicht ein Bild von mir in Unterwäsche und Bikinis, der da irgendwie große Creatorinnen angeschrieben hat, um die anzuwerben. Oh, lass doch mal gucken, was war... Und dann habe ich ihm gesagt, nein, kein Interesse, so, leave me alone. Und einen Monat später kam der schon wieder an. Und er hat dann auch Bilder von sich geschickt, um mir zu zeigen, dass er gerade der Echte ist. Er hat gesagt, das ist mir scheißegal, ich habe kein Interesse. Und dann hat meine Managerin ihn auch zurückgeschrieben, dass wir diese Masche schon durchschauen. Aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Tatsächlich weiß ich es leider nicht mehr. Das war genau das gleiche Konzept. Ich weiß gerade wirklich nicht mehr, wer der war. Ich frage nochmal nach. Das sind all die Mädels, die bei ihm in den Videos vorkommen. Und all diese Mädels sind bei ihm unter Vertrag. Er hat sich nämlich folgendes geniales Geschäftsmodell überlegt. Ich habe ja viele Klicks. Also nehme ich die Mädels einfach unter Vertrag, packe die in meine Videos... Und dadurch kriegen sie Reichweite. ...sehen dann ganz viele Menschen. Und dann verlinke ich einfach auf deren Onlyfans-Accounts und kriege die ganze Kohle davon ab. Genau, das haben aber früher ganz viele YouTuber auch. Also auch, sagen wir es, wie es ist, dieser KS-Freak hat ja eigentlich genau das gleiche gemacht mit Instagram-Models. Touch my Body Challenge. Ich verlinke euch Instagram-Model. Das war genau das gleiche, dass die Frauen halt auf Instagram versucht haben, mit YouTubern Videos zu machen. Und dann irgendwie mehr oder weniger in knappen Kleidern und sonstiges Stuff. Jetzt ist es halt mit Onlyfans, was wiederum ein Ticken krasser ist, weil ja, junge Zuschauerschaft und du verlinkst auf Onlyfans-Accounts. Hm. Ja, aber es gibt ja keine Regeln im Internet. So, let's go. Genial. Hä, wie, wer guckt meine Videos? Kinder? Ach, ist doch egal. Ja, eins Trick, um reich zu werden. Die eine davon ist sogar seine Freundin. He hates my girlfriend McKinley. My ex-girlfriend also moved into my house and my girlfriend is not happy about it. Ja, richtiger Ehrenfreund ist er. Und jetzt wird es richtig eklig in der Sache. Denn ein Creator, der im Kreis von Jack abhängt, hat in einem Stream Folgendes erzählt, was Jack macht, um an neue Creatorinnen für sein Onlyfans-Management zu kommen. Er sucht sich 17-jährige Mädels, wartet darauf, dass ihr 18. Geburtstag kommt, mietet eine Yacht, macht eine Party mit denen, macht sie betrunken, lässt sie dann dort einen Vertrag für Onlyfans unterschreiben und kassiert die ganze Kohle von denen. Das ist ja wie Yarding. Ich habe übrigens mal ein Video zu Yarding-Girls gemacht, könnt ihr abchecken. Das ist ein ähnliches Prinzip wie das, was man so oft hört. Mädels werden auf Partys eingeladen, diese First-Row-Geschichte, gehen dort, denken, sie machen dort eine Party und sind als Models gebucht. Und im Endeffekt werden sie dort eigentlich mit Alkohol und Drogen abgefüllt und gepumpt, um sie dann zu missbrauchen oder sonstige Dinge mit ihnen zu tun. Dann wird ihnen oft auch noch das Handy und Personalausweis alles abgenommen. Ganz, ganz, ganz üble Sache. Müsst ihr euch das Video anschauen, das ist echt, echt, echt einfach richtig ekelhaft. Ich habe letztens auch übrigens das Substance angeschaut mit Demi Moore und ich habe so schlecht geschlafen nach diesem Film, weil der einfach diese ganze widerliche Industrie und Schönheitstrends und den Druck dahinter und diese, ja, diese ekelhafte, teilweise von nichts gegen Männer, aber gegen diese Männer, von diesen Männern dominierte Branche, die so widerwärtig ist gegenüber Frauen. Also da kriegst du das Kotzen, das ist wirklich echt ekelhaft und also alleine, dass diese Vorwürfe im Raum stehen, ne, sorgen nicht dafür, dass dieser Typ Geschichte ist. Sorgen nicht dafür. Was muss, was muss man machen? Muss es minderjährig sein, dass es, dass es Leute abschreckt? Was muss es sein? Was muss passieren? Also teilweise kann ich auch echt nur den Kopf schütteln, wenn ich mir bei, jetzt, dieses Jahr sind ja sehr viele YouTuber gecancelt worden, wo ich der Meinung bin, sind sie nicht, wenn sie zurückkommen und das werden die meisten von denen, werden so tun mit, ja, ich war einsichtig, es tut mir so leid und dann lieben sie wieder alle, dass es da echt immer noch Leute gibt, die versuchen, dass es da immer noch Leute gibt, die wirklich versuchen, die Opferrolle der Person, die Scheiße gebaut hat, zuzuschreiben und andere Leute dafür zu blamen, ist unfassbar. Unfassbar. Weiß ich nicht, was ich zu sagen soll. Da denke ich immer, wir müssen sich die Opfer bei sowas fühlen. Wenn man auf der Seite seines Managements guckt, findet man auch eine gewisse Natalie Reynolds. Und die hat auf Twitter genau diese Masche beschrieben, dass ihr das genau so mit Jack passiert sein soll. Er hat gewartet, bis sie 18 wird, sie auf ein Boot eingeladen, betrunken gemacht, einen Vertrag unterschrieben und ihre Kohle genommen. Ja, also ich habe ja auch schon mal erzählt, dass ich auf der Yacht von Dan Bilzerian ein paar Mädels gesehen habe, die ich so auch kannte. Und anfangs war es echt Enttäuschtheit von mir, dass ich sehr enttäuscht war, dass die das machen. Im Nachhinein habe ich mit ein paar gesprochen und da einfach gemerkt, meine Enttäuschtheit war nicht korrekt denen gegenüber, sondern eigentlich denen, die diese Sachen veranstalten, weil sie so deklariert werden, dass manche Mädels es einfach nicht schnallen. Also, dass sie einfach wirklich denken, wir sind jetzt Models, wir machen dort jetzt wirklich Fotos und nicht erkennen und erkennen können auch nicht, dass es hier teilweise einfach nur, es geht darum Sex für Reichweite. Und das verstehen manche einfach noch nicht, weil es eben anders kommuniziert wird, weil man eben oft noch jung ist und gar nicht das verstehen kann, dass man einfach dann diese Unschuld von den Mädels so ausnutzt und sie teilweise auch so unter Druck setzt und erpresst. Das finde ich eigentlich das Schlimme und die Menschen muss man dafür blamen. Und ich muss aber sagen, in manchen Fällen blame ich tatsächlich dann aber schon auch die Mädels dafür, dass sie auf Social Media dieses Jardingscheiß so bewerben, genau wissen, was da vor sich geht und so tun als, ja, ich bin halt jetzt nur Model. Und dadurch diesen Lifestyle so verharmlosen und beschönigen, dass andere Mädels denen nacheifern, sie aber dadurch gar nicht wissen, in was für eine ekelhafte Welt sie da eigentlich eintauchen, weil sie es ja nicht wissen können. Es wird ja nicht mit ihnen offen gesagt, hey, übrigens, ich war ja auf der Yacht, hab getanzt und dann wollten zehn Typen mit mir Sex haben und hätte ich es nicht gemacht, haben die mir gedroht, das und das zu tun und meinen Eltern Bilder zu schicken. Das kommuniziert ja keiner. Und das ist immer wieder das, ich verurteile nicht das, was die machen. Ich verurteile, wenn es nicht offen kommuniziert wird mit den Leuten, mit den jungen Mädels, die zuschauen, mit der jungen Zuschauerschaft, weil du ein Leben vorspielst, das so nicht echt und real ist. Und wir wissen alle, dass Personen im öffentlichen Leben oft angehimmelt werden und dass viele das auch machen wollen, was wir machen wollen. Und ich glaube, wir in unserer Branche müssten vielleicht mal anfangen, über Dinge ehrlicher und offen zu sprechen, um einfach Leute davor zu warnen. Und sie hat auch geschrieben, dass die anderen Leute aus seinem Umfeld das genauso auch wissen. Auf 17-jährige Girlsgeiern, sie betrunken machen, damit sie Schmuddel-Content machen und dann deren ganze Code davon nehmen. Genau, deswegen an alle, die hier irgendwie mal Reichweite haben wollen, an alle, die mal Fame werden wollen und Co. Wenn euch eine Person im Internet anschreibt und euch verspricht, mit euch aufzunehmen und ihr Fame werdet und Co., hinterfragt das bitte. Weil oftmals ist es, dass ihr euch eventuell in einem Video so zeigen und geben müsst, wie ihr es gar nicht wollt und vielleicht in ein paar Jahren auch gar nicht mehr gut findet. Oder sie wollen eine Gegenleistung. Und dann sage ich immer lieber, lasst diese Tür zufallen und öffnet euch eine eigene, als euch von jemandem abhängig zu machen, der euch am Ende wegen irgendwelchen Dummheiten erpressen kann. Das ist kein Fame und Geld der Welt wert, euren Wert dafür einzusetzen und zu riskieren für Reichweite. Was ein gottloser Move. Aber ey, wenn man 15 Millionen Abonnenten auf YouTube hat, findet man immer Leute, die das irgendwie mit unterstützen. Und wir bekommen noch mehr Einsichten, was eigentlich hinter der Kamera bei Jack passiert. Im März dieses Jahr veröffentlichten diese drei netten Burschen hier ein Video mit dem Titel Jack Doherty must be stopped. Die linken beiden heißen Ricky und Nick und sind ebenfalls YouTuber und haben Jack 2017 kennengelernt, als alle drei eigentlich so größer wurden auf YouTube. Die haben mit dem einiges an Videos gemacht und sind 2021 mit Jack zusammen in ein Haus gezogen. Matthew, der Typ rechts, hat für Jack gearbeitet, ungefähr als der zwischen drei und zehn Millionen Abonnenten hatte und hat ebenfalls ein halbes Jahr mit ihm zusammengelebt. Man kann also sagen, alle drei kennen ihn eigentlich ziemlich gut. Und sie berichten, was für ein toxisches, ekliges Umfeld eigentlich die ganze Zeit hinter der Kamera herrscht. Sie sagen, dass Jack eigentlich schon am Morgens anfängt, Alkohol zu trinken. Jeden Tag. That he wakes up, he pops all day, every day in order to function. And if he doesn't, he doesn't know how to act. He can't get out of bed. Ja, und das ist genau das Problem. Also du bist dann einfach nur noch die Druckmaschine, kommst auf dein Leben selber nicht klar, musst dich besaufen, überhaupt noch Bock auf deinen Job und das Ganze zu tun. Musst dich dann auch noch besaufen, überhaupt noch Lust zu haben auf deinen Job und das, was du eigentlich machst. Und das ist der Punkt, wo ich sagen würde, nehm dir mal ein halbes Jahr Auszeit, guck, was für Content du machen willst, damit du das nicht tun musst. Weil das hält dein Körper nicht lange durch. Ich weiß nicht, ob ihr die Dokumentation von Avicii gesehen habt, aber die war ja auch unfassbar schrecklich, weil der eben auch immer, weil er sehr nervös war, Alkohol getrunken hat, bevor er auf die Bühne gegangen ist. Da fand ich auch den Manager extrem unsympathisch und shady. Die Dokumentation gibt es auch leider nicht mehr. Und da kannst du eigentlich zugucken, wie der sich umbringt selber. Das ist so furchtbar einfach nur. Und dieses Zwielicht von nicht aus dem Bett kommen und ich muss was einnehmen, um zu performen, gibt es halt in der Branche echt leider sehr oft. Klingt schon nach einem richtig coolen Typen. Und er weiß wohl ohne Alkohol auch gar nicht, wie er sich anderen Menschen gegenüber verhalten soll. Ja, ich habe das Gefühl, der Alkohol macht es nicht besser. Jack hat denen auch mal gesagt, dass er eigentlich gar keine richtigen Emotionen oder irgendeine Form von Empathie empfinden kann. He's told me and Matt multiple times that he doesn't feel anything. He has no emotion for human connection and you can see that clearly when it comes to his videos. He has no remorse for human dignity or respect. Alles, was er tut, all sein Verhalten, dient nur dazu, mehr Fame und mehr Geld zu bekommen. Das erklärt eigentlich einiges. Die ganzen Videos, das Verhältnis zu seiner Familie und seinen Freunden, wie er mit Menschen umgeht. Sie bestätigen auch, dass seine Haupteinnahmequelle die Onlyfans-Mädels sind und dass die solche Verträge haben, dass er eigentlich fast alles von der ganzen Kohle bekommt und die nur so einen monatlichen kleinen Betrag davon abkriegen. Sogar seine eigene Freundin hat er vertraglich an sich gebunden. Was ein Ehrenmann. Boah, furchtbar. Also ganz ehrlich, das hat ja schon Zuhälter-Vibes. Jetzt kann man sagen, ja, ist doch nur wie ein Management, aber nein, der Content ist ein anderer. Und sie gehen auch auf die ganze Stimmung im Team hinter der Kamera ein. Alle finden es eigentlich scheiße dort. Keiner, der noch vor ein paar Jahren mit ihm befreundet war, ist mehr da. Alle sind gegangen. Alle, die jetzt noch da sind, sind eigentlich nur da für Geld. Weil man mit ihm irgendwie Geld und Fame bekommen kann oder weil er für irgendwelche Sachen bezahlt oder denen irgendeinen Scheiß kauft. Natalie Reynolds hat auf Twitter geschrieben, dass er all seinen Onlyfans-Mädels irgendwelche Rolex-Uhren geschenkt haben soll. Einfach nur, um sie ein bisschen bei der Stange zu halten. Was? Ein trauriges Leben. Ich glaube wirklich, dass irgendwas damals durch den Ruhm und das Geld ausgelöst bei ihm schief gelaufen ist in der Entwicklung. Ja, wie bei so vielen Kids, die halt schon seit Kindesalter vor der Kamera sind. Und nicht nur Kids, auch sehr, sehr junge Leute, die dann im Teenager- oder jungen Erwachsenenalter damit anfangen. Denen steigt das zu Kopf. Und es ist auch ganz oft so, dass die niemals wieder irgendwie einen normalen Job machen werden. Weil die einfach auch, das merkt man ja auch bei vielen Leuten vor der Kamera, es geht ja bei vielen dann irgendwann gar nicht mehr um Geld, weil Geld haben die Leute oft genug. Es ist einfach so diesen, über den haben wir auch gesprochen, über diesen grandiosen Narzissmus und narzisstische Aspekte hat ja jeder Mensch. Narzissmus ist ja ein Spektrum. Schwierig wird es nur, wenn du sehr viele davon abdeckst. Aber so dieses, ja, einfach etwas tun, nach außen hin, eine Audienz haben, das ist schon was, warum es auch wieder viele Comebacks gibt. Ich glaube auch nicht, dass ein Stefan Raab das irgendwie nötig hat, aber der muss einfach arbeiten, der muss wieder raus. Und das wird bei denen genauso sein. Wenn der jetzt aufhört, wird er nach zwei, drei Jahren sagen, ich muss da wieder hin, das ist mein Job, ich brauche das. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass der einfach einen Job hat, wo er einen Büroalltag hat. Das wird nicht stattfinden einfach. Sie haben auch erzählt, dass Jack einfach regelmäßig im Supermarkt klaut. Der geht einfach hin, öffnet irgendwelche Packungen, isst da raus und klatscht es einfach dahin, lässt es liegen und irgendein Mitarbeiter soll es dann wegräumen. Und er hat ja das Geld, ja, er kann ja dafür bezahlen, aber er macht es einfach nicht. Und sie haben ihn darauf angesprochen, aber er denkt auch ein bisschen, dass er machen kann, was er will. Und irgendwie hat er das ja auch so gelernt. Es gab ja nie Konsequenzen für ihn. Je asozialer er sich verhalten hat, desto erfolgreicher und reicher wurde er damit. Genau, und das ist es, die Konsequenzen. Und die würde ich mir auch einfach bei viel mehr Plattformen einfach wünschen. So wie es YouTube gemacht hat. Wenn ihr mal belegt, früher gab es noch Touch-My-Body-Challenges. Das wurde alles irgendwann nicht mehr erlaubt. YouTube hat dann gesagt, so, wir ziehen euch jetzt allen erstmal so einen Status. Das heißt, ihr müsst euch erstmal beweisen, dass der Algorithmus eure Videos überhaupt monetarisiert. Bedeutet, alle Videos waren erstmal fast nicht bis gar nicht demonetarisiert. Heißt, man hat kein Geld verdient. Weil du erstmal dich selbst lernen musstest, deinen Content einzuschätzen, um zu sagen, kann dort Werbung drauflaufen oder nicht? Bist du brand safe oder nicht? Und das war hart, auch für mich, weil mich hat es auch erwischt, hat alle erwischt. Aber es war gut. Es war gut, weil du einfach mittlerweile auf YouTube weißt, oh, kann ich das so bringen? Und wenn nicht, wird es halt runtergenommen. Du kriegst einen Strike, ab drei Strikes bist du weg oder du verdienst kein Geld damit. Und wenn Leute für was kein Geld verdienen, dann fällt ganz schnell die Motivation weg. Und ich glaube, das braucht es für viel mehr Plattformen, dass es viel härtere Regeln eben gibt. Und auch für die Creator selbst, die nach draußen ihr Zeug eben pushen, was unfassbar viele Menschen beeinflusst. Ich habe manchmal das Gefühl, das wird immer noch nicht richtig gesehen, auch in der Politik, wie lange ich das schon beobachte, wo ich denke, oh, ganz kritisch, was hier gerade abgeht. Und dann Jahre später wird darüber geredet. Ja, guten Morgen. Also, ich finde, auch virtuellen Krieg kann man ganz einfach übers Internet manipulativ führen. Und da auch wieder alle am Schlafen gewesen. So, und jetzt ist das Problem da. Und jetzt sagt man so, oh, huch, shit. Ja, was machen wir da denn jetzt? Geht die ganze Scheiße einfach immer weiter. Einfach nur, damit mehr Traffic und mehr Klicks und mehr Geld reinkommen. Und wenn du so einen ekligen Charakter hast und dir nur sowas im Leben wichtig ist, dann passiert auch die ganze Zeit irgendeine Scheiße. Letztes Jahr im August hat Jack ein paar Influencer in sein Haus eingeladen, einfach nur, um die miteinander zu konfrontieren. Er wusste genau, die mögen sich nicht, das wird Stress geben. Genau dann lädt man die ein. Ja, da ist man halt am Bodensatz Contents angekommen. Wenn du wirklich weißt, ich habe jetzt schon so viel Scheiße gemacht, nichts zieht mehr, ich muss immer wieder eine Schippe oben drauflegen, weil die Leute sind einfach schon mittlerweile auch irgendwo übersättigt und abgehärtet. Und dann musst du eben so einen Content machen. Und ich glaube, das wäre der Punkt, da würde ich, glaube ich, komplett zerbrechen. Wenn du weißt, das, was ich alles gemacht habe, war jetzt einfach schon das Nonplusultra. Es muss jetzt noch abgefuckter und ekliger werden. Das finde ich übrigens interessant, dass manche über Seven vs. Wild mittlerweile sagen, dass es scheinbar mittlerweile schon so in die Trash-Richtung geht. Ich wollte die Folgen alle nachholen. Ich hätte die eigentlich mit euch zusammen anschauen sollen. Das mache ich bei der nächsten Staffel auf jeden Fall. Ich gucke mal, ob ich es noch nachholen kann, weil da sehr viele von euch sagen, schaust du es an, guck es dir mal an, sag mal was dazu. Wir schauen uns dazu auf jeden Fall eine Zusammenfassung an, aber ich werde die Folgen noch nachholen. Es ist für mich gerade einfach nur so viel Arbeit, dass ich keine Zeit habe, irgendwas zu schauen. Das ist echt crazy. Ich arbeite, esse und gehe sofort schlafen, weil ich am nächsten Tag wieder früh raus muss, viel vorproduzieren muss und viel ansteht. Deswegen schauen wir mal, dass wir das unterbekommen. Der Erste kam und hat ihn direkt damit konfrontiert, dass seine ganzen Pranks eigentlich fake seien und mehr Leute kommen und die Stimmung kocht immer weiter hoch und es gibt Streit und irgendwann wird es dann auch handgreiflich. We're doing that, you dog sh**. Now we can't box this whole... Oh my God. Yo, no, no. Yo, f***. Hey, chill, chill. Ja, gut, da hat man ein paar Schellen kassiert, aber klicktechnisch wieder sehr erfolgreich. Fausi. Und als ob das nicht alles abgesprochen ist. Und auch der, der war früher auch ein Prank-YouTuber, der dann anfangs echt noch lustige Pranks gemacht hat, wo man ganz am Anfang sagen konnte, das fanden auch die Leute selbst lustig, weil es war nichts, was Leute belästigt hat und wurde dann auch immer belästigender, unangenehmer und dann halt auch irgendwann wahrscheinlich auch alles geschauspielert. Wer ihm da einen reingehauen hat, war übrigens zu der Zeit schon erfolgreicher Streamer auf Kick. Also ging Jack auch zu Kick und fing an, dort Sachen live zu streamen. Und dort fing er an, in der Öffentlichkeit irgendwelchen respektlosen Scheiß zu machen, einfach nur, um Leute abzufucken, um deren Reaktionen zu bekommen. Ah, das hab ich gesehen. Da hat er immer so einen Bodyguard dabei gehabt, um dann frech sein zu können. Und immer wenn es ernst wurde, wenn die Leute abgefuckt waren, hat er sich schön hinter seinen Bodyguards versteckt, damit auch ja nichts passiert. Das hab ich auch gesehen. Was andere Menschen empfinden oder wie es denen geht, ist komplett scheißegal für ihn. Ja komm, was passiert eigentlich, wenn wir so krass mit einem Golfcard rumfahren, dass es vielleicht sogar einen krassen Unfall gibt? Wäre doch geil für die Kamera. Das war doch unfassbar gefährlich, ne? Also auch so Quads und Golfwagen. Ja, seine Freundin, die mitsaß in dem Golfcard, musste daraufhin ins Krankenhaus. Naja, passiert den Besten, ne? Hauptsache Klicks. Auch war er während eines Livestreams auf einer Halloween-Influencer-Party, wo unter anderem auch Corinna Kopf war. Jack Doherty fing dann einfach irgendwann an, sie zu beleidigen. Es ging immer weiter, es gab immer mehr Streit, es kochte hoch. Er soll sie die ganze Zeit provoziert haben. Wir werden kämpfen. Wir beide gegen euch beide. Und dann hat ein Bodyguard von ihm, einem Freund von ihr, mitten ins Gesicht geschlagen. Und weil Jack währenddessen die ganze Zeit auf Kick online war, gibt es ein Video davon. Das regt mich so auf. Kann man nicht solche, sorry, Arschlöcher einfach von allen Plattformen sperren, denen alles nehmen, was ihre kleine Kack-Existenz irgendwie ausmacht? Und mal konsequent sein, auf solchen Events nicht einladen, Kunden bitte solche Leute canceln. Also es kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Also das ist ja wirklich, und damit verdient der Geld. Also sowas regt mich echt auf. Also eigentlich habe ich versucht, mich nicht triggern zu lassen, aber das ist wirklich einfach nur so perfide und widerlich und dann seine Bodyguards dabei zu haben. Und dann kriegt wieder irgendwann auch die Fresse, weil der kleine Pisser irgendwie Geld haben will. Also was ist das? Ich kann echt verstehen, dass Leute von Influencer nichts halten, weswegen ich auch sagen muss, bitte nennt mich nicht Influencer. Ich mache auf YouTube Content, mehr nicht. Ich habe mit dem ganzen Zeug nichts zu tun, mit irgendwie mich in das Rampenlicht stellen und Leute belästigen und was weiß ich für eine Kacke. Und manchmal hatte ich so, wegen solchen Leuten oft, war ich in der Bredolie, dass Leute mich gefragt haben, was ich arbeite und ich manchen Leuten das nicht erzählt habe. Ich habe einfach behauptet, ich habe halt mein Bachelor und Master in neue Medien Gaming gemacht und da arbeite ich. So, mehr wollte ich gar nicht erzählen, damit war das Gespräch auch beendet, weil ich keine Lust hatte, oh, du bist Influencer. Ja, ich glaube, die Beweise sind in dem Fall doch relativ erdrückend. Und so hat der Typ dann Anzeige gegen seinen Bodyguard und ihn gestellt, wegen Körperverletzung. Ja, schauen wir mal, wird bestimmt ernsthafte Konsequenzen für ihn haben, diesmal aber wirklich. Und dann vor kurzem die Aktion mit seinem McLaren. Und Kick, den moralisch eigentlich ziemlich viel egal ist, hat ihn dafür dauerhaft von ihrer Plattform gesperrt. Moment, ernsthafte Konsequenzen für sein Verhalten? Naja, dann streamt man halt eben nicht mehr auf Kick, sondern auf, ähm, Twitch. So, und da würde ich, da hoffe ich jetzt wirklich, dass Twitch sofort sagt, verpiss dich, nachdem was da passiert ist, kriegst du hier keine Plattform. Und dass auch YouTube bei solchen Sachen sagt, auch wenn es auf einer anderen Plattform stattgefunden hat, so einen Creator wollen wir hier nicht auf unserer Plattform haben, weil das ja ganz krass ist, was der hier macht, ne? Also das ist ja auch egal, auf welcher Plattform es dann ist, im Endeffekt, ne? Dürfen sie wahrscheinlich nicht, ne? Weil es rechtlich wahrscheinlich nicht möglich ist, dass du sagst, hey, der macht hier ganz anderen Content, wenn er zum Beispiel jetzt ein Bug-Content hat und diese Forderungen da schwierig sind oder er halt auf einer anderen Plattform kacke macht, weiß ich nicht, wie das rechtlich ist. Ich glaube, solche Leute lernen es nur, wenn du den Hahn abdrehst, ganz konsequent. In manchen Fällen, und das muss ich euch nicht sagen, ich kenne euch, ich weiß, wie ihr seid, müssen ganz klare, strikte Regeln sein. Und wenn du, ich sage immer, wenn man sich cool verhält, ist das Leben wunderbar. Wenn du dich aber wie ein Arschloch verhältst, musst du in manchen Fällen, nicht in allen, auch wie ein Arschloch behandelt werden. Weil ansonsten funktioniert es nicht. Der hat ja komplett alles ausgenutzt, dass er keine Konsequenzen davon gezogen hat. Und das finde ich oft sehr schade, weil es halt eben auch dafür sorgt, dass Leute es nachahmen. Weil passiert ja eh nichts, was soll schon passieren. Scheiß drauf, kann ich ja machen. Kriege ich halt einen Monat, einen Bann. Ja, mei, meine Güte, egal. Verdienen so gut damit, wenn einer in die Fresse eine reinbekommt. Bin sicher, das wird gut ausgehen. Garne Mord. Jack ist ein Paradebeispiel dafür, dass man ein absolutes Arschloch wird, wenn man von klein auf lernt, dass Klicks, Fame und Geld das Wichtigste im Leben sind. Und weil niemand ihm eigentlich ernsthafte Grenzen jemals gesetzt hat. Seine Eltern haben da wohl nicht viel gemacht und das Geld war ja die Bestätigung dafür, dass das alles mega gut ist, was er tut. Er hat ja gelernt, dass er eigentlich mit jedem Scheiß durchkommt, den er macht und das auch noch richtig förderlich ist für seine Karriere. Wie soll man da eigentlich keinen Knacks bekommen als Kind? Aber ich glaube, glücklich wird man so nicht im Leben. Wenn all deine Freunde gehen, weil sie dich scheiße finden und nur sehnlose Heinis bei dir bleiben, weil sie halt dein Geld wollen, ich glaube, dann ist sein Leben eigentlich ziemlich traurig. Natürlich, aber trotzdem macht er es halt weiter, weil er halt eben das Geld hat und es wird sich auch nicht ändern, solange er diese Möglichkeit hat, dieses Geld und diesen Fame abzusahnen. Bald da der Hahn zugezogen ist, muss er was ändern. Der Typ muss einfach mal die Kanäle wegbekommen, muss in eine Therapie, muss wahrscheinlich einen Entzug machen. Schlimm genug in dem jungen Alter, aber das funktioniert so definitiv nicht. Das war der dunkle Abstieg ins Rabbit Hole Jack Dorotheel. Und dann wundert man sich, wenn man den anschaut, der ist wahrscheinlich jetzt für uns schon so, wow, was zur Hölle? Ja, dann schaut euch mal einen Epstein an, einen PDD, was da abgeht. Ich will gar nicht wissen, was noch so in diesen ganzen Celebrity-Kellern da vor sich ging oder auf den ganzen Partys. Zu viel Macht, Einfluss und Geld tut nicht gut. Das sieht man doch hier wieder ganz klar. Und umso jünger, umso schlimmer. Beziehungsweise bei manchen ist auch das Alter komplett scheißegal, die drehen trotzdem komplett durch. Aber ich finde, das ist wieder so das Paradebeispiel dafür, was wieder mal passieren kann, wenn man einfach zu viel Geld und zu viel Einfluss hat und auch keine Konsequenzen dafür zu spüren bekommt. Zu wenig Konsequenzen und zu viel Victim-Blaming schon wieder. Ich bin mal gespannt, ob er irgendwann noch zur Einsicht kommt und checkt, dass das, was er macht, absolut reudig ist. Ich glaube nicht. Nö, siehst du auch bei Logan Paul und Jack Paul. Das hat ja nur besser funktioniert. Dann steigt mal einmal in den Ring, bekommt ihn die Fresse, entschuldigt sich, dann finden da wieder ein paar sympathisch, oh, er hat sich doch gebessert, oh, ist der nett. Und leider, leider finden solche Leute auch immer irgendwen, den sie ausnutzen und ausbeuten können zu ihrem eigenen Vorteil. Falls ihr eine Meinung zu der ganzen Sache habt oder irgendwas dazu sagen wollt, gerne unten in die Kommentare rein. Ich gehe mir jetzt mit dem Brett gegen den Kopf hauen, wahrscheinlich so eine knappe Stunde. Das war es von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sehr gutes Video von Clangun. Sehr schön, ich mag seine Videos sehr, die sind immer sehr schön. Man hört sehr gern zu, also er weiß immer genau, wie man Leute in eine Story einführt und wie man es portioniert. Da kann ich noch viel von lernen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich bin auch sehr gespannt, was ihr zu dem Thema sagt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ich mich auch freue, ein Originalvideo in der Beschreibung. Da natürlich auch gerne alles da lassen. Und ich hoffe, es triggert euch nicht zu sehr. Ich brauche ja nicht sagen, dass wir sachlich bleiben müssen, aber solche Videos und solche Themen machen mich so müde. Es macht mich so müde, weil sich nichts ändert und nichts ändern wird. Und Plattformen verantwortlich machen, ja, sollte man. Auf jeden Fall. Und ich finde, einige Plattformen reagieren viel zu spät. Aber ich finde einfach, man muss Leuten einfach den Geldhahn viel schneller abdrehen für den Scheiß, den sie online machen, wenn er wirklich scheiß ist. Das definitiv. Weil das oft einfach der Grund ist, warum die Leute diesen Kack produzieren und so auch teilweise werden. Bin gespannt auf deine Meinung und wir sehen uns definitiv bei den nächsten Videos, die hoffentlich nicht so triggern. Bis zum nächsten Mal.